Hinten Na kühle ich mal ab Ja ich weiß Boah nicht runterfliegen Alter ich hab's doch geschafft Bin ich da oben oder was? Ja da bin ich grad von der anderen Seite rüber geflogen Hier ist noch Mondsteine Wie immer Oh oh Papa muss niesen Nö Weiß was du ein Mädchen bist So mein Freund jetzt guck ich erst was wir haben hier in der Zeit Nein Na komm ich helf dir Gott sei Dank nur für ein Jahr Dankeschön Ach du hättest wieder deinen Panzerfaust genommen ne? Na komm Guck mal hier Hm Was denn das ein das Hier war eine Munition drin hier Da war wirklich Und da war eine Waffe drinnen Das war mir klar Ich habe die Waffe hier Oh wir können drei Waffen nehmen Ach ne hab ich nicht so dass ich das eben gesagt hab Guck mal hier Guck mal hier Wie schön Guck mal ich schön Ja und? Schön Ja und? Komm zurück wenn du soweit bist und liefere die Echos ab Die könnten ein Vermögen wert sein Behalte du was du sonst noch findest Ich hab einen Oh Mondstein 49 Wir behalten doch eh alles Wir behalten doch eh alles Da kommen wir 50 wieder Ja wie kommen wir da jetzt wieder hin am schnellsten Runter Runter? Ne das ist oben Ist das Ne hier 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 Ah hier bei mir Deine Oma ist das Yep Wusch Ich lieb das mit der Sauerstoff Wusch Ich bin ein Claptrap Aber ich will wieder mein Entchen haben Ja sonst bin ich aber auch durch die Gegend Will ich auch nicht Will ich nicht Nö Will ich nicht Du bist ein Arsch Jetzt will ich das nicht Zack Der Sack kann doch nicht mehr warten Nö Nö Na ja klar Will ich mich schon abgeben Will ich mich schon abgeben Nö Nö Ja Aber das bestimmt woanders sowieso Wo wir hin müssen Und es geht Oh doch wir müssen woanders hin Ja 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 Dann kommen wir von da hinten auch hin Weiß er nicht Musste mich nicht sein Ne ich glaub nicht Ne kommen wir nicht Dann renn du mal da weiter Ja Ja ich loot hier noch ein bisschen Hiiii Und tschüss Hehehehe Go 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 Fahrstuhl Go go Power Rangers Bin schon wieder draus Ja müssen wir ja Wow 5000 Fick dich ins Knie Hab ich nicht Yeah Ich komme Boah du jetzt Überlegt mehr da unten werden Gegner jetzt hin und voll getroffen Und Ich hab diese komische Dings der Bumse jetzt verkauft Welche? Die persönliche Nachricht brauchen wir nicht Okay ich behalte immer noch Die brauche ich nicht Die brauche ich nicht Die will ich auch nicht mehr Was kost 5000? Oh schön Ja ne Was hast du Geld? Was hast du Geld? Nein 4000 habe ich Wir hätten eigentlich immer anders hinreisen können ne Wollte es Das mission hier wegbringen Hier können wir doch nicht reisen Achja ist ja gut Wo hieß die gell? Wo müssen wir denn hin? Ne warte mal Boah ihr so weit rein? Ja Was wegen Hunde ich bin ich eigentlich Oh ich wollte gerade sagen jetzt kommen wir da nicht mehr rüber Nö nö So gut Oh was kommt denn da? Na wie weit flieg ich wie weit Och schade Au Die nächsten Gegner kommen bestimmt wieder wieder Ja Aber ehrlich Ja ich Au hier ist auch alles angek... Was? Eis Eis kalt Ach ne Ich hab keinen bock mich mit denen abzugeben Hohoho Ich hab keinen bock mich mit euch abzugeben hier Nö Ich bin hässliche Dreckssicher Die kommen doch eh mal wieder Also Wollen wir wieder neu hin müssen Watze Heee Ah Sonatec your maker Ja Weil ich mich hier Ich mach jetzt Special Hunter Und krieg jetzt wieder den Feuermodus Seid dass ich immer freu wenn ich den bekomme Ja Mich auch vielleicht Hella 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 Der Feuermodus ist gar nicht mal schlecht Er nervt nur Haben wir einen dritten gefunden Weeeee Ach hier sind wir bei Prickles Ach hier können wir aborten Ja Ja Ey hier ist so ein Reise-Ding ne? Äh Äh Zu spät Arschloch Äh Zu spät Ja ich konnte nicht ins Leben mitmachen Nein da müsst ihr eh gehen Ja 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 Aber dass wir in die Stadt kommen meine ich He 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 Haben wir nichts von den Asien bekommen eben Notsteiner Lass mal in die Stadt gehen Ich will erst hier durchgucken Schau mal in die Stadt Schau mal in die Stadt Schau mal in die Stadt Jupp Jupp Äh Wie heißt denn die Stadt nochmal Elpis Concordia ne? Ja Warte Concordia? Ja 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 Ich wollte eigentlich hier hin So ein Schlüssel oder was? Klar Meiner Meiner Ich hab keine Schlüssel Hehehehe Er trifft nicht Nein hab ich nicht Ich hab noch die vom letzten Mal Ja ich hätte alle schon ausgegeben Achso Ich geb Oh Guck mal Einmal aber noch Ah Ich brauche mir nur einen neuen Code raussuchen Dafür Hallo Dankeschön Jetzt kann man mal gucken weil ich dich nicht mehr... Ah ich geh erstmal zum Opa hier hinten Wollen wir hier Wieso zum Opa hin? Eben schauen Eben einkaufen Ui Eben zum Schwanzmarkt Schwanzmarkt Ja Rucksack natürlich erhöhen Ähm Sniper erhöhen Zack Zack Ok Wollte ich nochmal Laserwaffen? Ja Ähm Oh ich kann nichts mehr machen Granatwäffer erhöhen Ähm Laser 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 Da kommt die weg Sniper mit Äh Feuer Die kann weg Ähm Ähm Ich hab ne... Ich hätte ne Waffe für dich aber ich glaub die willst du nicht Wieso? Wenn du sie nur brauchst verkaufen würd ich sie selber wieder Wenn du sie nur brauchst verkaufen würd ich sie selber wieder Kann die sogar für brauchen quasi Ich sag's ja Ich sag's ja Boah Geil Schöne Scheiße Ich hab noch ein Schilde Geil Neu ist verkauf ich Machen wir hier Hier kannst du verkaufen Oh naja Ja ich geh mal um da kann ich nur einmal eine Runde anpassen Möchte nicht mehr der goldene Mann sein Die goldene Die brauche ich nicht mehr Die brauche ich nicht mehr Die will ich eigentlich auch nicht Da gibt's bestimmt ne bessere Da hab ich halt kein Waffending mehr dafür Die beiden Schilde brauche ich nicht mehr Die beiden Schilde brauche ich nicht mehr Ultraviolett Ey hopp Hehehehe Hehehehe Lass mich wissen wenn ihr etwas ins Auge fällt Wucht Wurde Wurde teuer alles ne Mh Kauf schon endlich eine Waffe Was nimm das und nimm heute Was nimm ich denn diesmal Mh Ne 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 Ah wie geil das mit dem Claptop aussieht Wo der seine ganzen Sachen hat Hinten auf dem Rücken Auch nö An der Seite die Granate Und dann die Waffe Nein Richtig gesagt Guck mal Ich bin jetzt zucki Mhm Sieht gar nicht mal schlecht aus Ich weiß Deswegen hab ich das auch grad genommen Mhm Soll ich mal gucken was die neue Waffen hier machen So mal gucken Oh Das ist die Sniper ne Ja Ja Ich hab auch so'n Maschinen-Sniper Jetzt Ah hast du Ja da waren zwei nämlich von bei Hm Der wird nicht schlechte gegeben Ist egal Sagen wir hier beenden Ja Dann würden wir sagen Nicht mal bei vorne hin Mit dem Flash Mit Centus Der alte Gewürz-Sau Oh Oh Und Tschüss Oh 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 Ich hab dich